Da müssen wir ganz tief zurück in die Vergangenheit. Die katholische Kirche erfand die Kreuzung. Damit sich die Pilger auf dem Muschelweg nach Grand Postela nicht immer verlaufen, bauten sie ein Kreuz an jede Wegendung. Oben am Kreuz wurde ein roter Punkt entweder links oder rechts angebracht, so wusste der Pilger, wohin er gehen musste. Scherzbolde machten dann auf die andere Seite ebenfalls einen Punkt und die Pilger standen dann davor und sagten, Zur gleichen Zeit in London erfand King Armin der 68. den sogenannten Kreisverkehr, im englischen Roundabout genannt. Dies hörte ein deutscher Priester, der dort gerade zur Kur war und erzählte zu Hause von dem englischen Roundabout und erzählte dies dem Baumeister. So kann der Pilger um das Kreuz herum. Der deutsche Baumeister verstand rund gebaut. So wurden die ersten Kreisverkehre unter dem Namen Rundgebaut gebaut. Dann kam der Brauch auf, wie bei Hochzeiten Reis zu werfen und jedes Dorf, was ein Roundabout hatte, also rund gebaut, lief durch dieses rundgebaute Ding und streute Reis. Ein ganz, ganz alter Baumeister, also ein Kreis, sah dies und versprach sich und sagte anstatt Reisverkehr, schau mal, wir gehen im Kreisverkehr. Und so entstand 1847 in Overath bei Köln der erste Kreisverkehr und war damit Vorreiter für alle Kreisverkehre, die in Zukunft gekreist wurden. Aua, aua, das muss doch wehtun. Was hat der Treschi denn geraucht? Was hat der Treschi denn? 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 Vielen Dank.